Mein Name ist Simon Mobak von The Message. Ich habe heute die Ehre, mit diesen zwei talentierten und jungen Herren über ihr kürzlich erschienenes Album zu reden, Kassettenkinder. Erschienen am 15.03. Diggery, Sasamank. Ein Rap-Tag-Team, das im Zuge des, wenn nicht mit Rap-Contests, entstanden ist, glaube ich. Da haben wir uns kennengelernt eigentlich, als ich den glücklicherweise gewonnen habe, war ich das erste Mal in Kontakt mit WNMR bzw. saß er dann direkt und er hat mir dann ein Beat-Paket geschickt. Auf Kassetten? Nein, digital natürlich. Digital natürlich noch und da waren Boom-Bab-Beats drauf, aber auch modernere Sachen und ich war mir sicher, dass ich einen Boom-Bab-Beat picken werde, aber tatsächlich war Schweden die erste Nummer, die dann daraus entstanden ist oder die mich am meisten gecatcht hat und das war vor gut zwei Jahren jetzt, fast genau. Wir haben lange mitgeschleppt. Ja, haben wir lange mitgeschleppt, ja, und aber immer, da war uns trotzdem immer irgendwie so wichtig, dass wir gesagt haben, ja, wird vermutlich erste Single, schauen wir, was noch kommt, aber das ist ja immer geblieben irgendwie und, yes. Unser erster Song. So haben wir uns kennengelernt über Internet mehr oder weniger, bis wir uns dann live da getroffen haben beim, ich glaube, beim Freshie, wo wir das Ding aufgenommen haben quasi, dann den Contest-Sieg eingelöst und, ja, und dann haben wir uns, der war mit, der war auch dabei, genau, Shoutout, Pille 1 und, yes, das war unsere Kennenlern-Story quasi und das wurde dann halt immer intensiver und, ja, du hast am Anfang eben direkt einmal Schweden gepickt und dann lag das ein paar Monate, würde ich sagen, so und irgendwann nach ein paar Monaten kam dann so die erste Demo von dir, glaube ich, also der erste Part stand recht schnell. Ja, die Hook auch. Die Hook auch, genau und das lag dann so rum, wie das halt oft so ist mit, gerade aufgrund der räumlichen Distanz, wenn es schwierig ist, dass man sich oft zum Arbeiten trifft und irgendwann haben wir auch aufgrund dessen dann entschieden, dass wir irgendwie so eine Bootcamp-Form machen, also uns in irgendeiner Weise zusammensetzen, in irgendeinem, am besten einer Hütte am Berg eben, um da für ein paar Tage halt dieses Album zu vollenden oder eben ein Release zu vollenden, also, genau. Und dann sind wir im, wann war das, Juni? Juni. Juni 23 haben wir uns dann für ein paar Tage in der, in einer wunderschönen Berghütte in Vorarlberg eingebunkert und... Eigentlich ein Haus. Eigentlich eine Villa. Nein, das auch nicht, aber ein Haus mit Strom und wo wir nichts einheizen müssen und so, also da haben wir uns keine Gedanken machen müssen darum, also es war alles da, was wir gebraucht haben, wir haben uns ein bisschen Technik-Kram natürlich mitgenommen und haben uns fünf Tage da eingesperrt und waren super produktiv. Ja. Klingt, glaube ich, auch ein bisschen dran, dass wir beide nichts saufen, groß. Ja. Und einfach auch am 8, am 8 am Morgen dann schon am Start waren und losgelegt haben mit Schreiben, Beats bauen und alles. Immer in Zusammenarbeit eigentlich so. Ja. Also, großteils habe ich schon alles geschrieben, aber Sasa hat schon auch seine Spuren inhaltlich hinterlassen auf dem Ding. Jetzt würde ich eben mal an den Anfang nochmal zurückgehen, also Schweden war die erste Nummer. Das ist jetzt noch nicht so hundertprozentig in diesem Nostalgie-Ding drinnen. Ja, voll. Stimmt. Wann hat sich das rauskristallisiert, dass das in diese Nostalgie-Schiene so stark reingeht mit dem, mit der ganzen Aufmachung, mit dem, mit den Erinnerungen und so weiter? Weißt du das noch? Nicht wirklich. Also, weil ich denke so, wir haben auch lange immer darüber diskutiert, als der rote Faden dann so langsam entstanden ist, ob Schweden da überhaupt noch draufpasst, weil es soundtechnisch ja doch ein bisschen anders ist und so. Schlussendlich ist er dann draufgeblieben, aber ich glaube, naja, was waren die, ich kann es nicht mehr genau sagen, was Track Nummer zwei, drei, vier waren, so, aber es ging dann schnell in diese Richtung und wir haben schon noch sehr früh drüber geredet, dass wir schon ein Konzept-Ding machen wollen. Und was könnte das sein? Und irgendwann ist uns auch dieser Titel dann quasi gekommen und dann war eigentlich klar, okay, das wird's werden vom Titel. Und da waren sicher noch vier Tracks offen, die wir noch dazu gemacht haben, die dann noch schwer in diese Richtung gegangen sind, dann bewusst. Ich habe mir das so vorgestellt, dass ihr euch da zusammengesetzt habt und ihr seid jetzt ungefähr gleicher Jahrgang oder gleiche Generation. Ja, schon ähnlich, ja. Stell dir vor, damals habe ich mir das angehört und angeschaut, war das irgendwie so ein Faktor? Ja, also ich wollte vorher auch schon sagen, wir sind halt beide in den 80ern auch geboren und wie wir uns kennengelernt haben, ist recht schnell klar geworden, dass wir ähnliche Kindheitsreferenzen, also Serien, Filme, Computerspiele haben und da aus einer ähnlichen Zeit beide kommen und ähnliche Erinnerungen an diese Dinge haben. Und es sind nach Schweden dann eben eher Boom-Bab-lastige, Sample-lastigere Songs entstanden und dann bist du mit der Hook um die Ecke gekommen, Kassettenkinder auf eben den soul-lastigen Beat und dann hat das alles auch auf der Hütte auf einmal Sinn gemacht. Also das war so ein Schlüsselmoment, wo dann klar war, okay, es könnte auch Kassettenkinder heißen und das könnte das Ganze dann auch abrunden bzw. den Rahmen gießen. Ich glaube, was mich auch sehr interessieren würde, ist vielleicht, was waren so die ersten Erinnerungen an Kassetten oder auch an VHS oder womit hat es begonnen bei euch? Kannst du dich da erinnern, aktiv? Also bei mir war es, ich hatte so eine alte, weißt du, so diese alten Kassetten, CD-Player, Radio, Kombi-Geräte zu Hause als Kind und meine Eltern haben mir Kassetten halt gekauft und ich hatte ganz früh eher V-Kassetten. Und die habe ich in der Früh auf diesem Kassetten-Multi-Ding halt mit CD und Radio am Frühstückstisch gehört und das war eher V, erste allgemeine Verunsicherung. Ich glaube, eh das mit Banküberfall, also wo die Single drauf ist, also eine ganz alte Scheibe von ihnen und die habe ich auf Kassette rauf und runter gehört. Das war meine erste Kassette und auch, glaube ich, überhaupt so meine erste Erinnerung an einen musikalischen Datenträger, den ich als Kind konsumiert habe. Aber eigentlich eher eine bekannte Nummer von ihnen, also... Ja, ja, total. Also die Classic-Scheibe, so zu sagen. Ich glaube, Banküberfall war drauf und Bulli war, glaube ich, auch drauf, oder? Also das Bulli, Bulli, Bulli. Alpenrap vielleicht auch? Hm? Alpenrap vielleicht auch? Ich glaube, das war später, wenn mich nicht alles täuscht, aber eher V auf jeden Fall. Und was ich auch ganz früh auf Kassette gehört habe, war Georg Kreisler. Also meine Mutter hatte recht viele Kassetten noch aus ihrem Bestand, weil die hatte in den 80ern einen Plattenladen in Wien und hat da sehr viele Kassetten auch vertrieben. Und das ist auch eine ganz frühe Erinnerung in meinem Kopf, wie ich als Kind in diesem Plattenladen stehe. Und meine Mutter, also es kommt ein Typ rein, der eben im damaligen Flex und solchen Clubs unterwegs war und von den DJs die Tapes irgendwie abgestaubt hat, um an die damalige Musik zu kommen. Weil damals gab es kein Internet, gar nichts. Also hat er sich halt die Tapes von den DJs geholt und ist zu meiner Mutter in den Plattenladen und hat dann sich halt irgendwie 100 Schilling verdient, indem er ihr fünf so selbstüberspielte Tapes in den Plattenladen verkauft hat. Und die hat sie dann in so einer Ramschbox einfach liegen gehabt und vertrieben. Genau. Was war die Frage? Genau, also unsere ersten Berührungspunkte waren mit Kassetten im Speziellen, meintest du jetzt, oder? Ja, bei mir ging das fast schon eher in die VHS-Richtung eigentlich, weil wir sehr früh zwar nie viele Sender hatten, aber, also klassisch, ORF 1.2 und Schweizer noch bei uns, die man schnell oder leicht empfängt mit der Antenne damals noch. Und wir dann aber, ich weiß nicht, wann Showview rauskam, aber das war für mich halt eine Sensation, dass man mit Showview, mit diesem Code, damals Sachen aufnehmen konnte, die mitten in der Nacht liefen und halt nicht mehr selber auf den Knopf drücken muss. Und deshalb erwähne ich es auch quasi in dem Song, weil das wirklich eine Zauberei war damals für mich. Und ja, Kassetten habe ich auch nicht so ganz so frühe Erinnerung. Ich war da dann eher schon zehn wahrscheinlich, als ich dann halt auch irgendwelche Chart-Songs oder so aufgenommen habe, einfach auf Kassette und eben Mixtapes auch gemacht habe für mich selber oder für eine Verliebte oder irgendwas in die Richtung. Und das sind halt mega gute Vibes und Erinnerungen an die Zeit für mich auch. Du hast auf einem Track auch irgendwas mit Opus erwähnt, oder? Das ist eher auch auf Kassettenkinder. Und das war die Opus-Platte, also Life is Life natürlich quasi. Das war dann, glaube ich, Theoretisch müsste eigentlich 87 rauskommen sein, wenn ich richtig recherchiert habe, weil ich sage, mit vier Jahren war mein Fokus auf der Opus-Platte. Und ich meine, ich habe es schon nachgeschaut, dass das wirklich auch stimmt, wie alt ich da war, weil es ging mir eher einfach um die Platte. Die habe ich halt rauf und runter gehört quasi und habe das halt sehr abgefeiert als Vierjähriger, einfach so, wie es halt so ist, was man halt so feiert als Kind. Ja, genau. Ja, Sasu, du hast jetzt auch den Plattenladen deiner Mutter erwähnt. Ja. Und ich glaube, im Intro kam ja auch dann so rein, dass du den mal übernommen hast, so in die Richtung. Hast du den irgendwann einmal geführt, dann geleistet? Nein, leider nicht. Hätte ich gern, aber meine Mutter hat den dann, also bevor ich erwachsen worden bin, also schon als, wie ich noch ein Kind war, aufgelöst. Also leider. Also komplett ohne Nachfolger, oder? Ja, genau. Ich war im Fünften. Falt der Gassen, nahm mir jetzt nicht ein. Aber hat mich, glaube ich, sehr geprägt, also weil nicht nur Kassetten, also danke für den Hint jetzt, natürlich auch Videokassetten ganz früh. Also ich kann mich erinnern, ich war noch im Virgin Music Store auf der Mai-Hiefer-Straße und habe meine Mutter als Kind angebettelt, mir Prints VHS zu kaufen, von The Artist Prints. Und ich kann mich bis heute erinnern, dass die Mitarbeiterin vom Virgin Music Store das nicht geben wollte, weil halt schwer sexuelle Inhalte ab 16, ja, Prints war, glaube ich, recht heftig, gerade bei diesen VHS-Geschichten damals. Aber eben auch alle anderen Kassetten, Medien recht früh, glaube ich, inhaliert, dadurch eben, also über den Plattenladen der Mutter. Ich kann mich erinnern, ich bin ja einfach jeden Tag zwischen Kindergarten und Abend, da drei, vier Stunden kranken als Vierjähriger und ich glaube, das prägt dann halt schon massiv, ja. Genau. Was ich dazu vielleicht noch dazuzufügen habe, wenn es in Richtung Sound oder Musik halt geht, bilden wir eher auf dem Cover auch ab, also darum ist die RV-Platte da drauf. Und bei mir, ich habe mir die ganzen Roses ausgesucht, Use Your Illusion 2, könnte auch genauso eins sein, einfach von meinem großen Bruder, der hat das halt gehört und ich habe das automatisch als Kind halt einfach mitgekriegt und halt sehr, sehr abgefeiert damals, ganzen Roses, war sehr, sehr groß für mich als in der Kindheit. Alf. Alf sowieso. Was war der Fokus in dem Plattenladen, also gab es da so musikalische Genres oder bestimmte Artists, die da besonders viel vertreten waren? Also so vom Fokus musikrichtungsmäßig war es viel eben Funk, Reggae und früher Rock, also so der klassische Brit-Rock-70er, so diese ganze Ecke. Meine Mutter war ein irrsinniger Reggae-Fan, deswegen, also wir hatten alles, Bob Marley, Peter Tosche etc., habe ich irrsinnig viel gehört und das war auch so der Hauptfokus, habe ich jetzt so rückblickend betrachtet, würde ich sagen Reggae. Ja, genau. Und Bücher und Videokassetten eben auch, also auch so damals, es gab so eine Zeit, aber das ist nicht groß, dass Artists VHS eben vertrieben haben von ihren Live-Gigs. Also ich habe eine eher VHS gehabt, ich habe eine Prince VHS gehabt, also so von den Artists, die ich als Kind halt extrem gefeiert habe. Aber die Prince VHS hat den Weg noch zu dir gefunden? Ja, irgendwie hat sie den dann gefunden, vor allem die nicht so ganz schlimme, sagen wir so, also die Jugendfreiere hat dann den Weg zu mir gefunden. Ja, genau. Und ihr habt es ja auch dann erwähnt, die Bootlegs, die ganzen von Primo und so weiter. Welche Zeit war das dann ungefähr, wann ist die Schiene dazu gekommen? Nein, ich habe mit, also ich habe als sechs-, siebenjähriger Boogie Down Production und so Instrumental-Tapes von Primo halt schon auf Kassette gehört, ohne zu wissen, was es ist. Und meine Mutter hat das nur mit, das war eine Kassette, wo dann halt handschriftlich drauf stand, Hip-Hop. Und ich habe nie gewusst, was das war, was ich da als Kind gehört habe. Und als, ich weiß nicht, 13-, 14-Jähriger, als dann Hip-Hop wieder relevant wurde für mich, habe ich dann alles gecheckt, was ich da gehört habe. Und, genau, das waren eben, also das waren so die frühen Primo-Beats, also vor Gangster noch, so Charity Damager, Anti-Devil, Happy, das Instrumental war auf dem Tape zum Beispiel drauf. Und das habe ich halt irgendwie dann schon als sechsjähriger inhaliert. Genau. Waren diese Bootlegs auch bei dir Thema? Nein, gar nicht. Das war in meiner Welt eigentlich nicht vorhanden, sowas. Liegt wahrscheinlich auch ein bisschen am Land. Bei mir waren es dann auch tatsächlich erst mit 14, 15 so die deutschsprachigen Sachen, die mich dann erreicht haben. Aber auch Sachen, die halt in den Charts waren, mitunter fettes Brot, Beginner. Gut, die hört man total an, die Hamburger Schule natürlich. Ja, die hat mich, hat mich sehr geprägt, so Semmy und so waren natürlich schon Einflüsse oder den Dendemann natürlich auch, die mich motiviert haben, da auch reinzugehen quasi in das Ding und selber mal zu schreiben. Aber, ja, ich würde sagen, so 96, 97 ging es halt los mit ersten Sachen, die man dann gehört hat, ja. Und ab 2000 rum dann wirklich bewusst und nur noch fast die Schiene. Zu der Zeit sind Sie auch viel vertrieben worden, Kassetten. Also ich habe meine erste Deutschrap-Kassette war Specialists GBZ 1 oder so. Also die allererste, das war, glaube ich, so Jahrtausendbende, oder? Also so 2000 rum, glaube ich. Ich meine schon auch, dass ich auf dem Splash 2001 war ich auch, dieser legendäre Splash mit den Specialists. Ja, Carys Machin. Ein Megasprung von der Bühne runter über, keine Ahnung, wie hoch. Und, ja, das war geil. Und da wurden schon viele Tapes auch vertrieben und so. Und da bin ich dann schon auch irgendwie über so einen Stand an den Eims-Busch-Tape rankommen dann irgendwie. Und leider habe ich es nicht mehr. Das wäre Gold wert heute, aber irgendwie ist es verloren gegangen bei den paar Umzügen, die ich gemacht habe. Und, ja, aber das war eine schöne Zeit auf jeden Fall. Ich finde es interessant, auch diesen Rap auf Kassette. Also ich bin vielleicht zehn Jahre jünger als ihr und als ich reingestartet bin, waren halt noch die CDs sehr präsent und dann ist wieder mehr Richtung Platten und Digital gegangen, aber Kassetten habe ich eigentlich mitgekriegt, vor allem über Memphis ein bisschen, diese Schiene, da gab es die halt. Und ab und, also ganz selten einmal ein Instrumentalalbum oder so, oder so eine Special-Version halt. Aber so dieses Kassetten-Rap-Ding habe ich bis, also eigentlich lange nicht am Schirm gehabt. Es gab da so eine Zeit, ich weiß nicht, 95 bis 2003, jetzt gefühlt, keine Ahnung, aber da habe ich den Eindruck, dass sehr viel auch auf Kassetten produziert wurden bei Deutschrap. Also ich habe Specialists eben, also Dr. Dre 2001 hatte ich auf Kassette zum Beispiel, also dass so diese ganze, um die Zeit herum habe ich auch viele gekriegt, da gab es auch einige Läden, wo du Kassetten gekriegt hast, gar nicht wenig. Also gerade Deutschrap und Hip-Hop im Allgemeinen habe ich so den Eindruck. Habt ihr da noch viel rumliegen von damals? Leider, ja. Leider nein. Ihm so wenig wie Basketballkarten oder alles, was irgendwie jetzt Geld bringen könnte. Ja, genau. Alles irgendeinem Umzug zum Opfer gefallen? Ja, leider. Ich hätte auch urviele, uralte Jews gehabt, weil ich die früh angefangen habe zu abonnieren, so und auch irgendwann verloren, wo ich mich vor kurzem geärgert habe. Videos für CDs. Ja, ja, klar, ja, das Ganze, ja. Das wäre so ein aufgelegtes Videomaterial gewesen, wo ich nebenbei einbinden und so. Genau. Ja, bis auf ein paar Computerspiele und Konsolen, wie halt der erste Nintendo, die dann übrig geblieben sind, beziehungsweise die man auf dem Flohmarkt vielleicht einmal wieder gekauft hat, gar nicht die Originalkonsolen von damals, die man selber gehabt hat. Ja, gibt es da leider nicht viel mehr, weil man es halt irgendwann dann halt ausgeräumt hat, nach dem fünften Umzug nochmal mitnehmen in der Special Box quasi, und irgendwann hat man dann, ja, und heute bereitet man es halt wieder, wie es halt so ist. Also ich werde nie wieder eine Liga spielen und jetzt denkst du, ach, die Geld, für viel Geld, die Dinge. Ja, du musst es wegschmissen wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, und diese Erinnerungen sind schon so zentraler Punkt natürlich vom ganzen Album. Und oft sind es auch nur die Erinnerungen, die so schön sind. Und man sollt sich es auch gar nicht immer so genau wieder anschauen oder ins Spiel reingehen oder was auch immer, weil man dann oft einfach nicht diesen Wert hat, wie jetzt die Erinnerung halt ist. Also, was ich sagen will damit, es enttäuscht einen dann vielleicht so, weil es dann nicht mehr so gut ist wie die Erinnerung daran. Ich wollte da eh auch gerade anknüpfen, eben, dass man da sehr schnell, oder dass die Gefahr, die man da ist, dass man ins Verklärende reinkommt. Und gerade halt Kindheitserinnerungen, da war es am einfacher. Und man hat nicht das Ganze rundherum vom stressigen Leben gehabt. Ja. Und sich halt auch wirklich auf die einzelnen Sachen, VHS, Kassetten, Zeit einfach verbringen, so konzentrieren können. Ja. Ich finde, bei Covers kommt das oft rum. Ja. Wenn ich darüber nach, also, so in meiner Erinnerung, wenn ich dann zurückdenke, ich habe das Gefühl, ich habe diese VHS-Disney-Kassetten-Cover stundenlang angeschaut. Das war mega spannend. Noch bevor du den Film überhaupt anschaust, dir das Cover reinzuziehen. Oder bei Schalplatten, das hatte ja auch einfach noch viel mehr Wert. Und man hatte mehr Zeit, es sich auch irgendwie zu Gemüte zu führen. Also, ich glaube halt, nicht alles ist so gut gealtert. Also, ich glaube, das ist auch das, was der Digga Rue gerade sagen wollte. Dass man mit einer gewissen Vorsicht in diesem nostalgischen Rückblick schwelgen sollte, weil nicht alles so gut gealtert ist. Genau. Ja. Ja, ich würde gerne mal mit dem Schwedentrack wieder mal... Also, es gab ja im ganzen Album immer wieder so Schweden-Referenzen. Den Schwedentrack, dann Das Haus ist doch nur irgendeine für Idealisten in Schweden. Und dann beim Track über die Lady, glaube ich, war dann auch nochmal das... Genau. Du hast mich vor dem Untergang bewahrt, quasi. Ist das eine reine Metapher oder ist da mehr dahinter? Also, bei der... Ja, das hat sich ein bisschen so ergeben. Also, beim Track Nebeltage mit Featuring Moses MC, einem Vorarlberger MC. Shoutouts an dich, Moses. Vielen Dank für den Part. Ähm, der direkt nach Schweden kommt, quasi. Da wollte ich es einfach nochmal runterbrechen und sagen so, ja, hört's auf zu träumen. Quasi, ähm, das ist nicht die Realität, dass das halt hinhaut mit diesem Häuschen. Ähm, darum der Bezug noch einmal drauf. Und der dritte Bezug auf Schweden in dem Soul-Mädchen-Track, ähm, ja, das war halt der Story, die wir da erlebt haben. Die kann ich vor Kamera ungut erzählen eigentlich, so. Die können wir gerne off-cam dann noch kurz besprechen. Aber, ähm, ja, also... Ja, wir haben kein Haus in Schweden, aber wir gehen dieses Jahr in Urlaub. Ich glaube, Sasa war sogar schon da, also wir sind wirklich beide, beide dieses Jahr in Schweden in Urlaub und, äh... Ja, ist aber auch Zufall. Und hat keinen größeren Hintergrund, hätte genauso gut Norwegen sein können oder Finnland, aber man... Schweden hat sich am besten gereimt. Ja, genau. Ja, okay. Aber generell, da ist ja auch der Schweden-Track so quasi, diese Verbindung zu dem, dass man halt nicht ins Verklärende kommt oder halt einerseits diese Hektik, diesen Alltag, diesen Gestressten einfach dem zu entfliehen. Entschleunigung. Genau, das kann man, aber, also ich meine, kannst du dich einfach mal hinsetzen und so wie in der Kindheit einfach mal irgendwas spielen oder irgendwas hören? Schaffst du das noch? Ganz, ganz schwer, aber zum Beispiel in der Hütte, wo wir oben waren, wo wir uns nur auf die Musik konzentriert haben, da haben wir das gemacht. Wir haben noch, so als Spaßes halber, noch so ein Mini-Nintendo mitgenommen, um in diesen Modus zu kommen quasi. Da haben wir, glaube ich, ja zehn Minuten Street Fighter gespielt oder so und haben es wieder... Zwei Mal abbissen und dann haben wir es wieder lassen. Genau, dann haben wir es weggelegt so und haben uns wirklich aufs Musikmachen konzentriert. Also da haben wir das gut geschafft, ohne, wir hatten schon Internet, aber kein gutes und haben es auch nicht gebraucht. Da haben wir das schon geschafft und sonst, ja, man muss es bewusst machen irgendwie, sonst ist es echt schwierig. Also mir fällt das total schwer. Ich habe immer das Handy in der Hand, auch beim Serien schauen und so und das nervt mich schon ein bisschen hart inzwischen selber. Aber gerade jetzt auch in dieser Promophase hatte ich schon öfter die Momente, dass ich gesagt habe, so okay, wenn das dann draußen ist und genau, dann machen wir dann nochmal Social-Media-Pause auf jeden Fall. Sleep-Mode wieder trackert. Genau, Sleep-Mode. Ja, genau, den Modus. Ich finde auch, das macht ein bisschen den roten Faden. Also das schafft dann irgendwie so die Querverbindung zwischen Schweden, was ein bisschen moderner zwar ist und inhaltlich auch irgendwo ein bisschen anders gelagert ist, das ganze nostalgische, eher sample-lastige, boom-pipige, dass das eben so dieses, der Versuch ist zu entschleunigen und das macht man dann vielleicht auch, indem man irgendwie in alte Kindheitserinnerungen zurückschaut. Also so macht es für mich dann konzeptionell vom roten Faden her auch Sinn. Und der Konterpart zu Sleep-Mode ein bisschen. Ja, nochmal zurück zum Antiquariat auch. Ihr habt ja da ein Video gedreht, eh das Kassettenkinder-Video. Genau. Und wann, also es gab auch dieses Zitat eben im Antiquariat, die Schätze gesucht oder so. Im Intro meinst du? Ja, genau. Ist das auch irgendwie so diese Ebene mit Zeitungen und mit Büchern, dass ihr da euch reingedickt habt? Ich habe beim Bücherernst, also dem Antiquariat, danke an den Harry an der Stelle, an den Bücherernst, bester Mann, genau. Ich habe beim Vater vom Harry, dem alten Bücherernst Senior sozusagen, mal kackelt als 18-, 19-Jähriger, also so klassischer Studentenjob und habe halt diese Zeitungen verpackt, die Leute aus Nostalgie herauskaufen oder jemandem schenken. Und dann waren wir irgendwie so vor dem Punkt, okay, wir brauchen für Kassettenkinder ein Video und eine coole Location und dann ist mir eben der Bücherernst eingefallen. Und was passt besser als ein Antiquariat für andere Medien? Es sind zwar keine Kassetten jetzt vordergründig, sondern eben Zeitungen und Bücher. Erst haben wir schon die Videotheken noch angeschaut, die es halt noch gibt in Wien. Ich glaube, es gibt noch zwei Videotheken, die mitunter auch noch VHS führen, aber auch mehr im Lager, glaube ich, zum Verkaufen und nicht zum Ausleihen. Das wollte man erst machen, aber die waren dann halt nicht so richtig 80s-mäßig, dass es so voll ins Schwarze gewesen wäre. Und dann ist dir da der Bücherernst eingefallen und das ist ja wirklich Indiana Jones Kulisse mäßig. Und dann kam das große Glück noch dazu, dass der Harry, eh schon erwähnt, auch noch Hip-Hop-Fan ist und auch aus unserer alten Schule kommt quasi und das halt sehr unterstützt hat, dass wir das halt machen bei ihm. Das war super. Und es ist ja nicht so, also es ist zwar ein Zeitungsantiquariat oder Bücherantiquariat, um es richtig zu bezeichnen, aber der hat ja dann auch da irgendeinen uralten Nintendo-Original verpackt stehen oder irgendeine ERV-Kassette oder so. Er hat gleich so einen alten Kassettenständer aus seinem Archiv geholt, wo halt zig, also hunderte alte Kassetten drin waren aus 90ern und so. Also es ist nicht so, dass da gar nichts stattfindet mit den Datenträgern, das wollte ich damit sagen. Genau. Und es hat halt, also wie du sagst, es hat diesen Indiana Jones Kulissen-Vibe, weil diese Bücherränge halt, wo du dann nur raufkommst mit einer Leiter, die du verschieben kannst, das hat halt wirklich so diesen Antiquariats-Charakter und es hat einfach wie die Faust aufs Auge passt für uns optisch. Ja, es ist eine extrem Augeatmosphäre in dem Video, also habt ihr sehr gut hingekriegt. Danke dir. Wenn ihr mal Lob anbringen darf. Ja, gern, gern. Immer gern. Es freut uns natürlich. Muss man auch einen großen Dank an den Shot bei Philipp natürlich raushauen, der das gefilmt hat und auch an den Keo, der dabei war, der vielleicht auch nicht ganz gewusst hat, auf was er sich einlässt mit uns und so. Klar, ich habe ihm den Track schon geschickt quasi mit ersten Part und Chorus und ihn gefragt, ob er Bock hat, weil er mir einfach als Artist sehr viel bedeutet. Ich habe ihn schon sehr lange gehört und ihn immer geschätzt habe, seit wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, seit wann, seit der bekannten Crews kommen zusammenleihen quasi, würde ich jetzt sagen, dass das meine erste Erinnerung ist an Keo. Und der hat sich echt auch sehr bemüht und sehr eingebracht bei der Videoerstellung. Er hat viele Ideen und Erfahrungen mit rein gebracht und das war auch cool und hat natürlich abgeliefert wie ein Pro. Stimmt, der dreht ja auch selber Videos. Ja, genau. Es interessiert ihn auch privat sehr und macht auch oft selber und das hat uns auch nochmal aufs nächste Level gebracht, dass er da mitgewirkt hat. Er hat es auch nochmal kommentiert mit, ja, weißt du eh, wie viele Videos ich schon trat habe. So ein Motto, er hat halt auch schon echt viel Musik, Videoproduktionen hinter sich. Ja, und da nochmal großen Dank an Keo, das hat mir sehr viel bedeutet, dass er da mitgemacht hat und am Start war. Ja, dass du jetzt den Keo erwähnst, den du halt schon lange gehört hast. Ich meine, Camp ist auch klar, kommt auch in Referenz durch. Ich bin jetzt 39 Jahre alt, ganz am Ende. Ja, aber du hast ja nach deiner ersten aktiven Zeit, in den Nullerjahren, dann einmal 15 Jahre Rap-Pause gemacht ungefähr. Das stimmt, ja. Was hast du dann noch so aufgesagt in der Zeit? An Musik jetzt? Überwiegend deutsche Sachen, muss ich sagen, weil mich einfach die deutsche Sprache so krass interessiert hat, seit ich halt die ersten Berührungspunkte quasi Ende der 90er hatte und Anfang der 2000er. Und gerade ein Dendemann hat mich halt sehr in diese Richtung geprägt. Und dann ist eh dann schon schnell einmal ein Camp dazugekommen, den man natürlich nicht unerwähnt lassen darf. Aber ich glaube, die Erklärung braucht es fast gar nicht bei mir, ohne dass es hoffentlich wie beiden rüberkommt. Aber der hat mich natürlich sehr geprägt mit seinem Schreibstil und motiviert halt auch in die Richtung halt was zu machen. Und ich habe dann einfach die 15 Jahre mehr Sound konsumiert. Was genau, kann ich dann auch nicht im Detail sagen. Es gibt dann sicher so Highlights, so Phasen, wo dann ein Materia und ein Casper um die Ecke kamen oder so. Das habe ich natürlich sehr gern gehört. Aber ich habe auch nach ein paar Jahren Ignorieren von Agro Berlin quasi dann da meinen Zugang gefunden quasi zu Sido, den ich heute natürlich nach wie vor noch sehr abfeiere und für die Hits, die er halt macht. Und auch die Nicht-Hits, aber ja, wüsste ich jetzt gar nicht, was ich speziell erwähnen möchte eigentlich da in die Richtung. Aber überwiegend deutsche Sachen, weil mich die Sprache halt einfach so krass interessiert hat und ich da sehr, sehr gern tief reingehe eigentlich in das Ding. Also sehr Rap-lastig und sehr deutschsprachig-lastig quasi. Ja, ja. Und abseits von Rap war... Naja, schon poppige Sachen vielleicht auch, also gesungene Geschichten, die dann irgendwo einen Hip-Hop-Bezug haben vielleicht. Das spricht mich auch sehr an. Ja, aber überwiegend waren es schon Rap-Sachen. Glaubst du, also das ist eine hypothetische Frage, aber 15 Jahre Pause sind lang. Ja. Glaubst du, hättest du ohne deine Vorerfahrung dann in der Pandemiezeit noch einmal die Motivation gefunden, also quasi ganz neu anzufangen mit Mitte, Ende 30? Nein, das wahrscheinlich nicht. Also so die prägende Zeit war eben um die 2000er rum, das hat mich schon infiziert einfach. Und ohne das wäre ich da wahrscheinlich nie so reingekommen. Ich frage mich schon manchmal heute so, was hätte als passieren können, wenn ich weitergemacht hätte und drangeblieben wäre, weil so dieses nochmal neu reinfinden in die Szene irgendwie war schon ein bisschen, ich will gar nicht sagen mühsam, weil es ging dann jetzt im Endeffekt doch recht schnell. Ich bin sehr liebevoll aufgenommen worden von allen so und habe bisher auch nur eher Lore-Verfahren quasi aus der Szene. Ihr? Ihr. Mir, ja, genau. Und ja, muss ich echt sagen, so das war, ich habe immer eher gedacht, so ich will halt gleich Richtung Deutschland gehen, damit halt noch mehr Leute hören können und bin dann aber wirklich von den Leuten in der Szene einfach überzeugt worden, dass es schon auch einen Sinn macht, quasi erst mal sich hier zu sammeln und zu schauen, wie kann man connecten und was könnte man zusammen machen und so. Und das, ja, hat mich definitiv überzeugt. Ich weiß nicht, ob du auch noch in einen Heiselbesen reinsprechen möchtest. In einen Heiselbesen reinsprechen möchtest, genau. Irgendwas Österreichisches dabei in den 15 Jahren? Abseits. Von Kent. Den gerade genannten, genau. Also ist da irgendwas durchdrungen zu dir? Die Frage ist gerade mir gekommen. Ja, danke, dass du das Interview übernimmst. Danke, voll. Sasa übernimmt, takt noch. Ja, natürlich hat man Text ein bisschen mitgekriegt, so über Blumentopf auch dann. Das war auch so eine Phase. Camp war recht früh da und ist nie mehr weggeblieben. Der hat mich einfach immer schon überzeugt. Keo habe ich auch schon genannt. Und sonst ist es dann recht schnell einmal, also bei mir halt noch im Umfeld, in Vorarlberg, gute Frage, waren so die, war die Crew quasi damals, die auch auf diesem Eye-Sampler drauf war, wie das gelbe vom Eye 3, keine Ahnung, oder irgendwas in die Richtung. Das Amt von der Eye, war das das? Ja, und ich glaube, der dritte Teil von dem hat dann irgendwie... Ah, Teil 3 von Eye. Teil 3 von Eye, sowas. Irgend so was. Ja, genau. Fact-Checker sitzt da, kann ich fact-checken. Kann ich fact-checken. Genau, genau. Und ja, sonst ging der Blick immer echt straight nach Deutschland, was bei uns vielleicht auch dran liegt, dass wir in Vorarlberg halt in zwei Stunden in München sind und da halt auch die fetten Konzerte dann immer mitgekriegt haben, beziehungsweise die sogar nach Lindau gekommen sind am See, am Bodensee oder rüber in die Schweiz. Das war natürlich fast eher noch so, dass man da recht viel auch mitgekriegt hat, so aus der Schweiz, Sektion Kuchikästli und so und großartige Sachen auch dabei, auch von den Beats her. Also interessant, wie das in dem Land auch funktioniert so. Also die haben ja wirklich Artists da, die sehr groß worden sind, obwohl das Land ja auch nicht so riesig ist, aber die Szene war da eigentlich immer ganz cool und sind große Sachen entstanden. Ist halt die Kohle auch da, das hat irgendwie wahrscheinlich auch mit reingespielt. Aber umso schöner ist es jetzt für mich, neue Sachen zu entdecken, auch wenn es Sachen sind, die schon alt sind oder schon länger her. Ja, ich tauche da gerade super rein seit zwei Jahren irgendwie und lerne das Ganze umso mehr lieben jetzt. Ja. Ist es auch ein bewusstes gegen einen Strom, gegen einen Zeitgest Strom schwimmen oder ergibt sich das automatisch? Ich glaube, das ergibt sich ein bisschen automatisch dann. Bei mir auf jeden Fall. Bei mir auch. Also grundlegend. Also du meinst jetzt in Bezug auf das Konzept? Ja genau, das ist generell halt. Also es ist jetzt nicht unbedingt zeitgeistig. Nein. Sondern eher der Blick. Natürlich vom Sound her. Ja. Der Bezug ist da, aber es ist halt von der Aufmachung und von dem Ganzen her mit dem Kassetten-Ding. Ja. Und ich glaube. Es ist halt ein Liebhaber-Ding, würde ich jetzt mal sagen. Ja, voll. Und ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, aber für mich auf jeden Fall ist es so ein, aber im gewissen Alter, also Hip-Hop ist ja auch was, wo eine gewisse Lebensrealität widergespiegelt wird oder dargestellt wird oder das ist, was ich mir von gutem Hip-Hop auch irgendwo erwarte als Konsument. Und diese Nostalgie und der Rückblick, finde ich, stellt eben auch eine Lebensrealität da, die wir gar nicht wenig haben. Ich vermisse es, dass Medien so viel Aufmerksamkeit zugewandt wird, wie es damals vielleicht noch war, auch wenn das mehr meine kindheitlichen Erinnerungen als die tatsächliche Realität sind. Aber ich glaube, das war schon so ein bewusster Konterpart im Sinne von einfach auch eine tatsächliche Lebensrealität von uns. Wie du vorher auch, also zu der Frage auch eben, ob man das heute noch schafft, abzuschalten. Also das ist, glaube ich, Teil unserer Lebensrealität, dass das gar nicht so einfach ist und wenn man versucht, das wieder herzustellen oder sich daran zu erinnern, mit was man das gut schafft, dieses, ich meine, da gibt es diesen Aussagen, stetiges Rauschen, oder? Also dieses Grundrauschen abzuschalten, dann kommt man halt schnell zu so Erinnerungen aus der Kindheit wie irgendeiner ERV-Kassette, wo man als Achtjähriger halt echt komplett geschluckt war von der Kassette, solange sie lief und kein anderer in ihrem Monolog irgendwie ablief. Und das spielt, glaube ich, bei uns beiden viel rein und war auch mit unter der Grund. Ja, was halt auch auffällt, ist die Aufmachung. Ihr habt euch da sehr viele Gedanken gemacht, also das ist gerade für österreichische Verhältnisse eine monströse Promo. Der Gesichtsausdruck erdert uns schon Sinn. Ja, ich ringe noch mit um Worte. Ja, danke, ich meine, das liegt jetzt bei mir natürlich speziell auch meinem Beruf, weil ich halt Grafikdesigner beziehungsweise Designer bin und das halt alles selber machen kann, beziehungsweise die Leute kennen im Umfeld, die halt gute Videos machen können. Danke auch für das Interview heute an Atschiesl, unser Man, der das macht für euch heute. Hier übrigens im Brauhund, das wollten wir noch kurz erwähnen, die Bar gehört meinem Bruder im 15. Brauhund, beste Bierbar. Fraschstanzer. Ein super Fraschstanzerbier, genau aus Vorarlberg und natürlich auch ganz viele andere, also wirklich sehr spezialisiert auf Bier. Ja, kommt einmal rein, esst einen Smashburger und gönnt euch ein Bier. So, super, jetzt habe ich mich abgelenkt. Genau das, was dich verharspelt, es ging um die Aufmachung. Um die Aufmachung und ja, da ist natürlich das Paradeprojekt zu unserem Album natürlich ein Ding für mich, wo ich gewusst habe, okay, da werde ich alles reinwerfen, was ich kann. Ich habe Ende letzten Jahres meinen Job gewechselt, hatte zwei Monate dann noch frei und habe da, vor allem in der Zeit, dann wirklich gedacht, ich mache viele Sachen, gehe ins Fitnesscenter und nehme ein bisschen ab und so, aber ich habe einfach nur alles in die Grafik von unserem Projekt gesteckt quasi und gemeinsam mit dem Sasa mir das halt durchdenkt, wie wir das machen wollen. Und dann ist diese schöne Schachtel mit Schuber quasi entstanden. Das hat der Michael Hacker dankbarerweise illustriert, alles, was man da drauf sieht. Beste Grüße an Haki und ja, wie gesagt, das ist einfach ein Hobby, das man dann auch doppelt ausleben kann. Dann ist es Musik und die Grafik und das haben wir versucht, einfach so gut wie möglich zu machen und viel Love dafür geerntet. Wir hätten uns nicht gedacht, dass es so krass auffällt, aber es ist schön, dass die Leute das sehen und so wahrnehmen und deshalb auch kaufen. Also, wenn ihr das Video seht, gibt es wahrscheinlich keine mehr. Leider. Wenig bis keine, ja. Wenig bis keine. Auf 180 Stück haben wir es limitiert. Die Frage ist, wie viele Leute die dann noch abspielen können auf Kassette? Ja, wahrscheinlich nicht viel. Sie kriegen natürlich einen Download-Code dazu. Ich bin selber jetzt auch noch auf der Suche nach einem Homie, der eine gute Anlage daheim hat mit Kassettendeck, weil ich möchte es dann schon einmal richtig konsumieren quasi. So soll das ja auch konsumieren. Ja, im Idealfall. Und sonst gibt es, wie gesagt, den Download-Code. Die Leute, die das jetzt gekauft haben, kriegen es ein bisschen früher vor Release. Oder haben es früher gekriegt vor Release. Und genau. Und die anderen hören es dann eh digital. Genau. Und ich finde, es geht auch ganz viel um grundsätzliche Wertigkeit. Also, das Album ist es uns wert, diese Aufmachen zu kriegen. Und ich finde, das sollte überhaupt mehr stattfinden, gerade bei Musik. Also, weniger rausscheißen und mehr Blam dahinter. Also, ja. Ja. Verpackung. Genau. Gimmix. Das ist halt auch diese nostalgische Liebe, die man da noch hat irgendwie von früher. Und deshalb versucht man es halt mehr da so reinzustecken. Ich habe nichts dagegen, wenn Leute immer wieder Singles rausdroppen und das aber auch gescheit machen. Aber eben halt nicht nur so reinscheißen und halt einfach nur irgendwie was machen, sondern sich ein bisschen Gedanken dazu machen. Es muss ja kein Video sein oder viel Geld ausgeben werden dafür. Aber, ja, man kann ja trotzdem noch irgendwas dazu machen, was es besonders macht und eben diesen Wert dann dazu gibt. Ja, dann hätte ich jetzt noch eine Abschlussfrage an euch. Ihr seid seit zwei Jahren im Tag Team, habt ihr jetzt das Album rausgebracht. Wie schaut es jetzt in weiterer Folge aus? Arbeitet ihr weiter an Tracks? Macht jeder mal für sich? Wie geht es weiter? Ja, also, das wird definitiv passieren, dass wir weiter zusammen machen. Also, wir haben, das muss ich auch nochmal dazu speziell erwähnen, wir haben uns jetzt nicht nur musikalisch gefunden, sondern auch eigentlich eine riesenschöne Freundschaft aufgebaut jetzt in der Zeit. Und, ja, ich habe mir das nicht vorstellen können, dass ich mit 40 nochmal einen Homie finde, der mir so nahe steht und der halt im Prinzip dieselbe Jugend erlebt hat, ohne dass wir uns je gekannt haben quasi. Und das ist wirklich, und das ist eigentlich das eigentliche... Der wirkliche Gewinn, ja. ...Gewinn an dem ganzen Ding, muss man sagen. Und das ist dann halt wieder am Schluss auch so, ja, für das ist Hip-Hop da, um Freundschaften zu schließen, Connections zu machen und gemeinsam sowas zu erleben. Und geilen Sound zu machen. Und geilen Sound zu machen, natürlich, ja. Und, also, da wird definitiv noch weiteres kommen. Es gibt jetzt dann wahrscheinlich ein bisschen Auszeit, also zumindest von uns gemeinsam, aber... Also, ja, wir wollen jetzt nicht viel ankündigen, aber es kommen Sachen. Also ich will weiter noch ein paar Sachen releasen. Wir schauen, was uns einfällt oder was wir haben. Es wird sicher nicht gleich wieder ein Album werden, aber vielleicht mal ein Single oder was kleineres, ein kleineres Projekt. Das werden wir definitiv machen und irgendwann wird sicher auch noch mal was in der Größenordnung kommen, schätze ich. Also, soweit haben wir uns gefunden, dass wir da weiter als Tag-Team agieren möchten, aber nicht ausschließen, dass wir andere Sachen machen. Also, da kannst du vielleicht auch noch einmal sagen, so, da kommt ja von dir auch noch was. Genau, also, es wird auf jeden Fall von uns was kommen, so, in welcher Form, also, ob unkompliziert, einmal eine Single so oder etwas wieder in der Größe, also, das kann man an dem Punkt sicher versprechen. Aber wir haben auch keine exklusive Partnerschaft. Das heißt, es wird auch mal ein Sasa-Beat auf irgendeinem anderen Release stattfinden und es wird auch mal ein Digga-Rue-Rap auf irgendeinem anderen, also auf einem Beat von einem anderen stattfinden. Also, genau, das auf jeden Fall. Aber etwas wieder in der Größenordnung und Qualität schaffen, das wird ein bisschen dauern, so, bis uns wieder eben auch der Einfall oder ein derartiges Konzept kommt, das auch so stimmig ist und zu unserer Lebensrealität passt. Also, schauen wir mal, dann sehen wir eh. Schauen wir mal, dann sehen wir eh, genau. Ja, wenn ihr noch irgendwelche Worte habt, sagt das gerne, spuckt das gerne rein. Also, auf jeden Fall danke an alle, die da irgendwie mitgetan haben. Danke an DJ Kapazunda für die Mega-Cuts. Danke an beide Features, an K.O. und Moses. Mega-Parts beide. Danke an DJ Paz für das Mega-Mastering und auch die Feedback-Schleifen und die ganze Arbeit, die du da gemacht hast. Danke an den Bücherernst, insbesondere an den Harry, der uns die Location zur Verfügung gestellt hat. Danke an den Shot bei Philipp und an den Mücke für die großartigen Videos. Also, ich feiere jedes Einzelne und bin super happy damit und danke an den Michael Hacker für dieses Mega-Design. Und last but not least, danke an den Simon für das Killer-Interview, danke an den Archer und danke an den Tiggery für unseren Mega-Release. Jetzt habe ich meine Danksagungsrede abgehalten. Jetzt kann ich... Ja, das ist eh perfekt. Da muss ich nur noch dir Danke sagen, auch für das Release quasi, weil du hast alle anderen schon aufzählt, glaube ich. Und ansonsten, falls wir wen vergessen haben, sorry, wir lieben euch alle und danke für eure Mithilfe an dem Album. Na passt, ich würde sagen, dann trinken wir da Frau Stanzer und essen einen Burger und sind raus. Genau, alles klar. Danke sich. Danke euch.